Seit vielen Jahren ist der Cottbusser Altmarkt das Highlight der Innenstadt. Doch damals sahen die Cottbusser das noch anders. Man konnte nicht stolz über den heutigen Tourismusmagneten sein. Der Spitzname für die kalte Granitplatte war zu der Zeit auch noch ein anderer, toter Platz. Der trostlose Anblick des Altmarkts raubte den Cottbussern die Motivation. Viele vernachlässigten ihre Pflichten, kündigten ihre Jobs. Die Antriebslosigkeit merkte vor allem das Arbeitsamt. Im Arbeitsamtsbezirk Cottbuss ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn deutlich gestiegen. Die offizielle Arbeitslosenquote auf der Basis aller ziviler Erwerbspersonen beträgt jetzt 21,9 Prozent. Rund 11.700 Arbeitslosmeldungen sind neu reingekommen. Und wenn Sie alle Maßnahmen mit abziehen aus dem Bereich ABM, SAM, Umschulung, aber auch Vermittlung, sind rund 5.000 Menschen mehr arbeitslos als im Dezember. Der Bestand registrierter Arbeitslose erhöhte sich damit gegenüber Dezember auf 67.106 Personen, darunter 35.400 Frauen. Die Stadt reagierte natürlich sofort und handelte dabei vollkommen richtig. Mit der Schließung des letzten verbliebenen Freizeitangebots in Cottbuss wollte man die Bevölkerung wieder zum Arbeiten animieren. Das UCI in Großgaglo hatte gestern vor dem Cottbusser Verwaltungsgericht eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Denn dort wurde eine Klage der Stadt Cottbus gegen die vor vier Jahren erteilte Baugenehmigung des Landkreises Spree-Neiße positiv beschieden. Das bedeutet, das Kino muss schließen, falls der Landkreis im Revisionsverfahren am Oberverwaltungsgericht das Urteil nicht kippen kann. Was bitte schön, meine Damen und Herren, hätte die Stadt Cottbus dann geschafft? Sie hätte ihr kleines Böckchen befriedigt, weil der Landkreis vor den Toren der Stadt ein bisschen cleverer war und der Stadt Cottbus den Daumen zeigte. In Cottbus aber würde der verprellte Kinogänger dann vollends im Dunkeln sitzen. Kein Kino, aber ein paar lachende Verwaltungsangestellte im Cottbusser Rathaus. Na prima, bei diesen Zuständen brauchen wir uns nicht mehr wundern, warum die Leute aus Cottbus wegziehen, warum Investoren immer häufiger einen Bogen um die Stadt machen. Es ist langsam an der Zeit, auch einmal über einen Verwaltungsschatten zu springen. Das Kinospiel wird immer lächerlicher, niemand hat mehr wirklich Spaß daran. Viel zu viele Peinlichkeiten hat sich die Stadt Cottbus bisher im Kinostreit erlaubt, um zu dieser Zeit mit erhobenen Zeigefinger Gengos Gaglo zu wettern. Der Plan ging nach hinten los. Die Stadt wurde zum Hexenkessel. Cottbusserinnen und Cottbusser gingen gemeinsam auf die Straßen, protestierten gegen die Willkür der Stadt. Dabei wurden sogar die Kleinsten instrumentalisiert. Mit teils verfassungsfeindlichen Symbolen wurden sie auf die Straßen geschickt. Immer wieder erschütterten Polizeimeldungen aus Cottbus das Land. Die Gewaltbereitschaft nahm erheblich zu. Ein Bild der Verwüstung bot sich heute den Passanten der Karl-Marx-Straße vor dem Restaurant Armando. Bisher unbekannte Vandalen zerstörten mit äußerster Gründlichkeit die zur Verzierung des Karl-Bürger-Steiges aufgestellten Blumenkübel. Die Übeltäter stießen die am Rande der Terrasse aufgebauten Tonbehälter eine Etage tiefer. Der Schaden ist mit einer vierstelligen Zahl zu beziffern. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft des Restaurants wurden Spuren nächtlichen Vandalismus sichtbar, die Polizei ermittelt. Am 23. Februar ist es dann soweit. Unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit knickte die Stadt letztendlich ein. Der Altmarkt wurde grundsaniert. Für die Cottbusser hat sich der harte Kampf gelohnt. Und damit dieser historische Tag nicht in Vergessenheit gerät, gedenken viele Menschen in jedem Jahr mit einem Zug voller fröhlicher Leute der Cottbusser Revolution. Untertitelung des ZDF für funk, 2017